Hallo liebe Freunde in Berlin, hallo Freunde der Wühlmäuse, hier ist Jörg Knöhr und da freue ich mich jetzt drauf, was ich Ihnen sagen kann. Am 3. März komme ich, Achtung, Nachmittagsvorstellung um 16 Uhr in die Wühlmäuse mit einer unglaublichen Show. Es ist die Jahrhundertshow, 30 Jahre, nein 40 Jahre, 40 Jahre Bühne und 60 Jahre auf der Erde, das zusammen gibt 100 Jahre. Vielleicht sollte ich nicht so dick auftragen, aber es geht wirklich um mein Leben, ja, um alles was passiert ist auf der Bühne und mit vielen Prominenten, wie zum Beispiel Rudi Carell, bei dem ich ja Kandidat war am laufenden Band, der mir damals 75 sagte, Jörg Knöhr mit diesem Namen kannst du niemals Karriere machen. Und derselbe Rudi, der mir dann 1998 das Bambi überreichte mit den Worten, das hast du wirklich verdient. So, dann gab es noch viele andere Preise, unter anderem diesen hier, das ist aber nicht der Rheinland-Gallmund. Das alles erzähle ich Ihnen am 3. März in den Wühlmäusen, auch privates, warum nur eine von drei Ehefrauen bei mir einen Blumentopf gewinnen konnte. Sie können auch gewinnen, wenn Sie kommen, am 3. März um 16 Uhr in die Wühlmäuse zu die Jahrhundertshow. Sind Sie dabei? Ich auf jeden Fall. Das alles erzähle ich Ihnen am 3. März in den Wühlmäusen, auch privates, warum nur eine von drei Ehefrauen bei mir einen Blumentopf gewinnen kann.